Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei MIGA Caravan in Dingesbühl. Ich bin etwas sauer, enttäuscht vielleicht, ich weiß es nicht, aber zumindest entsetzt. Und zwar in meinem letzten Video habe ich für die Ukraine und für die Opfer und Flüchtlinge einen Spendenaufruf getätigt. Und habe mein Konto angegeben und habe auch um Sachspenden gebeten, weil ich finde, dass das wichtig ist. Und weil ich überzeugt bin, dass es einfach maßlos wichtig ist, Menschen in Not zu helfen. Ich bin echt empört und eigentlich auch sauer, dass ich Kommentare bekomme, wo dann benannt wird, es soll doch lieber oder ich sollte doch lieber mich um meine Sachen kümmern, so übersetzt, und das Spenden den Profis überlassen. Leute, also das war ja nur ein Kommentar. Also es geht ja dann nur weiter und ich lösche die Art der Kommunikation gnadenlos und schmeiße euch auch von meinem Kanal. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das wirklich nicht mehr gerechtfertigt und das hat auch nichts mehr mit freier Meinung zu tun, weil es ist mein Kanal und ich lasse mich nicht anschwatzen, nur weil ich Menschen helfen möchte. Ihr kennt mich alle lang genug, ihr habt mich abonniert, weil ich so bin, wie ich bin, weil wir viele Technikvideos zeigen, was auch nach wie vor immer wieder passieren wird. Und was auch ganz wichtig ist, weil das ist ja der Grund, warum ich diesen Kanal habe und warum ich diesen auch betreibe. Es ist zusätzliche Arbeit und es ist zusätzlich immer wieder, ja, doch einiges zu tun, dass man so einen Kanal betreiben kann, Kommentare lesen, beantworten und so weiter. Auch ist es Arbeit, wenn man sich entscheidet, was Gutes zu tun und eben Dinge zu sammeln, zu spenden, Spenden zu organisieren und so weiter. Nur als Beispiel, meine Frau, wir haben jetzt ganz tolle Abnehmer gefunden, die da runterfahren. Auch wir werden noch nach Polen fahren, aber die haben jetzt Schnelltransporte organisiert und da haben wir heute von ganz lieben Kunden und dafür danke ich euch wirklich von ganzem Herzen schon so viele Dinge bekommen und meine Frau hat heute drei Autos voll schon ausgefahren an zwei verschiedene Stellen. Selbst wir hier in Dingesbühl haben schon Flüchtlinge aufgenommen, die sind schon da in der Stadt Dingesbühl und da muss ich klipp und klar sagen, haben solche schrägen Kommentare absolut nichts mehr zu suchen. Ich mache das nicht aus irgendwelchen eigennützigen Dingen, sondern ich mache das, weil ich Michael Scheuermann so bin, wie ich bin und ich helfe gern Menschen, weil das mir eine Herzensangelegenheit ist, einfach weil ich den Krieg bis auf übelste verurteile, nicht nur diesen Krieg, jeden Krieg, aber dieser Krieg ist nun mal sehr, sehr nah bei uns. Ich meine, zwei Fouluk-Stunden von Berlin entfernt ist ja nicht wirklich weit und drum liegt mir das auch am Herzen und ich glaube, jeder, die Bilder sieht oder jeder von euch hat die Bilder schon gesehen im Fernsehen, da muss man immer weiter darüber reden, dass das Elend pur ist. Menschen, die ihre Familien zerreißen, weil Frau und Kind flüchten muss, katastrophal. Und das Mindeste, das aller, aller Mindeste ist, dass man sich versucht, ein bisschen zu engagieren. Für mich, ich spreche nur für mich. Und jeder von euch, der auch nur eine Socke gibt oder vielleicht irgendeine Kleinigkeit, hat ja auch schon in seinen Möglichkeiten getan, mag jeder eine Einstellung haben, wie er will. Aber ich bitte wirklich, diese negativen Einstellungen und mir dann Vorwürfe zu tun, behaltet es für euch, ich werde solche Kommentare weder freigeben und ich werde euch rückerlos blockieren und vom Kanal löschen. Weil ich sage ganz ehrlich, das hat hier nichts mehr zu suchen. Ihr geht es um Menschenleben und ihr geht es um Frauen und Kinder. Und ich glaube, da hat so ein Schwachsinn, überhaupt nichts mehr zu suchen. Und deswegen bin ich echt angesäuert und darum wollte ich das jetzt auch so ein bisschen loswannen, weil die Kommentare haben sich gehäuft in diese Richtung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich kein Verständnis mehr dafür. Und ich möchte aber gleichzeitig in dem Video euch noch einmal animieren, wenn ihr zu Hause was habt. Ich weiß jetzt auch detailliert, was ganz dringend gebraucht wird. Sind Medikamente jeglicher Art, sind Verbandsmaterial jeglicher Art. Also selbst, wenn ihr einen abgelaufenen Verbandskasten habt im Keller oder übriges Verbandsmaterial, was ihr nicht mehr braucht oder was einfach schon seit Jahren irgendwo liegt. Seid bitte so lieb, packt es in ein Päckchen, schickt es zu uns. Wir sammeln das Ganze hier und geben das immer an die richtigen Stellen weiter. Wir haben jetzt hier vier, fünf Stellen, wo ganz dringend solche Sachen suchen. Die Transporte werden wöchentlich losgehen. Jeden Samstag fährt ein Transport an die polnische Grenze, wird das Ganze, also fährt bis in die Mitte von Polen, in der Mitte von Polen wird das Ganze übergeben an eine polnischen, sagen wir mal Sanitätshaus, so in der Form. Und die fahren dann wieder weiter Richtung Ukraine, übergeben das dort der Ukrainen, den Ukrainen. Und dort wird es dann in den Krankenhäusern verteilt, die sich gerade aktuell nicht mehr retten können vor lauter Menschen, die dort behandeln müssen, Kriegsopfer. Und die kommen eben nicht mehr nach, die haben nichts mehr. Die brauchen ganz dringend Verbandsmaterial jeglicher Form, Medikamente jeglicher Form, sei es Schmerzmittel, Ipropofen, was übrig ist oder Sonstiges. Alles, was mit niedrig und nagelfest ist, können die brauchen. Und laut Aussage selbst von denen, auch wenn mal was ein bisschen abgelaufen ist, besser sowas wie dementsprechend gar nichts. Wir heben das Ganze auf, also nein, wir heben es nicht auf, sondern wir nehmen das entgegen, sammeln das und fahren das dann hier bei uns gleich in der Nähe, in den richtigen Stellen, wo dann die Transporte weggehen. Also da wäre ich euch dankbar. Genauso natürlich über eine kleine Spende auf unser Spendenkonto, weil von diesem Geld können wir dann auch immer wieder Materialien kaufen, die gebraucht werden, gerade für Kinder, Verbandsmaterial, dementsprechend auch hier jetzt in Dingelsbühlen, die brauchen Waschmaschine, die brauchen alles Mögliche. Das muss ja alles erst neu eingerichtet werden. Auch da werden wir dementsprechend unterstützen. Und ich blende euch jetzt auch schon mal ein Bild ein, was wir hier alles schon mal gesammelt haben, hier oder hier. Da könnt ihr mal gucken, das ist heute schon alles rausgegangen. Meine Frau war ganz fleißig, hat das alles durch die Gegend gefahren und hat heute den ganzen Tag organisiert, telefoniert und getan und gemacht. Und ganz, ganz lieben Dank, mein Schatz. War echt toll. Und da sind wir wirklich dankbar drum, damit das funktioniert und damit da was kommt. Und wir bitten euch wirklich ruhig noch mehr jederzeit. Wir sind wirklich dankbar drum, weil wir halt wirklich, ich will einfach helfen. Ich will, wir wissen alle nicht, was da draus noch wird. Ich glaube jetzt nicht, dass was Großes draus wird. Aber man weiß nie, in welcher Situation, dass man sich mal selber befindet. Und da ist man dann immer dankbar, wenn so ein kleiner Finger kommt und kann einem zumindest so ein bisschen was geben. Und ich mag mir gar nicht, meine Vorstellungskraft reicht dafür gar nicht aus, dass ich jetzt hier meinen Rucksack voll packen muss, um einfach jetzt hier flüchten zu müssen, alles liegen und stehen zu lassen, was ich mir je in meinem Leben aufgebaut habe. und ich einfach nur mit einem Rucksack voll 70, 80, 90 Kilometer, 100, 200 Kilometer zur nächsten Grenze marschiere, um schnell aus dem Land rauszukommen und weiß überhaupt nicht, wie mein Leben je weitergehen soll. Und genau so geht es denen armen Flüchtlingen. Und ich glaube, da geht es nicht darum, wer was wann erlebt hat. Da geht es auch nicht darum, dass man irgendwas den Profis überlassen soll oder nicht überlassen soll, jeden einzelnen Menschen, jeder einzelnen Frau, jedem einzelnen Kind, wo von der Ukraine hier nach Deutschland kommt oder selbst nach Polen kommt, ist es wert, geholfen zu werden. Und es hat nichts mit Profis oder sonst was zu tun, weil wir Menschen, wir sind die Profis. Und wir Menschen sind auch die Macht. Und ich glaube, wir Menschen können auch ganz viel bewegen in eben freiwilligen Hilfsorganisationen und so weiter. Und da ist auch schon ganz viel am Organisieren und am Machen. Und da kämpfe ich dafür, da bin ich dafür. Und ich werde mich da auch ganz tierisch beteiligen, weil ich finde es einfach wichtig. Und das Video hat jetzt leider nichts mit Technik zu tun, aber ich wollte das echt so mal sagen, deutlich sagen, weil mich regt es auf. Ich war auch beim Aki auf dem Stammtisch. Das war wunderschön, war toll. Wir hatten zig Zuschauer, etliche, ich sage schon fast Hunderte. Ich glaube, irgendwas um die knapp 200 Zuschauer waren da teilweise mit drauf, live. Und dann gibt es doch tatsächlich Menschen, die so einen Schwachsinn schreiben. Gott sei Dank hat der Aki auch gleich reagiert, die vom Kanal gekickt. Und auch dementsprechend, auch er war sichtlich geschockt. Und ich finde es einfach unterste, unterste Gürtellinie, warum Menschen sich sowas oder warum wir uns sowas sagen lassen müssen, nur weil wir um Hilfe aufrufen und so ein bisschen was zu organisieren. Es ist ja keiner verpflichtet, es ist ja alles freiwillig. Dann bitte behaltet den Kommentar doch für euch. Ihr müsst ja nichts tun. Bleibt ja oder liegt ja definitiv an eurem Willen oder Nichtwillen. Ich hoffe nur, man begegnet sich immer zweimal im Leben, dass ihr dann nicht den Falschen begegnet. Also, in dem Sinn, bitte nicht böse sein für das Video. Das nächste Video wird wieder voller Technik und voller interessante Sachen. Da sind wir wieder richtig dabei. Und ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Und guckt mal im Keller, ob ihr irgendwas findet. Also, bis zum nächsten Video. Alles Gute, bleibt gesund. Und vielen Dank. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.